Hallo und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Thomas. In dem heutigen Video werde ich eine Zuchtbox für meine 1000 Füßer, die Tansania Spec 1, gemeinsam mit euch einrichten. Hauen wir doch einfach mal das Intro raus und dann geht's auch los. Viel Spaß! Hier noch die Daten meiner Box. 50 Liter insgesamt, Länge 38 cm, Breite 38 cm, Höhe 35 cm. Ich habe insgesamt vier Luftlöcher eingebaut, eins auf jede Seite, damit genügend Luftzirkulation vorhanden ist und es zu keiner Staunässe kommt. Fangen wir an mit unserem Bodengrund. Ich benutze hier eine Bio-Komposterde mit 30% und Laubwald-Thomus mit weiß-faulem Holzgemisch 70%. Das Ganze füllen wir dann in unsere Box, bis diese etwa bis 15, maximal 18 cm gefüllt ist. Dazu kommt jetzt noch ein Kalkgranulat. Das Granulat wird direkt in das Substrat untergemischt und sorgt somit für eine kalkhaltige und natürliche Umgebung der 1000 Füßer. Als nächstes setzen wir eine größere Versteckmöglichkeit für unsere Tiere ein. Ich entscheide mich hier in diesem Fall für Kork. Eine Schale mit proteinreichem Futter darf auch hier nicht fehlen. Flockenfutter, Bachfloh, Krebse, Mehlwürmer oder getrocknete Schwimms biete ich hier abwechselnd und regelmäßig den Tieren an. Als nächstes kommt die Sepiaschale. Ich reibe zuerst diese mit einer Käsereibe und streue das Pulver über den Bodengrund. Danach lege ich noch einige Stücke in die Box. Diese werden immer wieder erneuert, sobald aufgefressen. Ein paar Gurkenscheiben dürfen auch hier nicht fehlen. Meine 1000 Füßer lieben Gurke. Nun wird ein Viertel der Fläche mit Moos abgedeckt. Dies soll für ausreichend Feuchtigkeit in unserer Box sorgen. Zum Abschluss gibt es noch ein größeres Stück weißfaules Holz für die Tiere. Gerade unsere Jungtiere fressen sich dort allzu gerne hinein. Zum Schluss wird unsere Box noch gut gewässert und großzügig mit getrockneten Buchen im Eichenlaub ausgelegt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, dann dürfen auch schon unsere Tiere einziehen. Ich habe für diese Box eine Zuchtgruppe von 8 adulten Tieren ausgesucht und etwa 10 Jungtiere. Diese durften auch gleich mit einziehen. Ja, dann können wir jetzt noch ein bisschen aufgefressen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Damit du keines meiner Videos mehr verpasst Upload-Tag ist immer samstags Hast du Fragen? Dann ab damit in die Kommentare Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast Bis zum nächsten Video Euer Thomas von Krabbelkeller.com